Wir rufen Flipper, Flipper, Freund muss herkommen, jeder kennt ihn, den klugen Delfin. Wir rufen Flipper, Flipper, Freund aller Kinder, Große nicht minder, lieben auch ihn. Ach, Bad, was ist das heute für ein herrliches Wetter. Ja, und das Wasser ist herrlich warm. Ich glaube, ich gehe mit Flipper eine Runde schwimmen. Warte, lass ihn uns erst rufen. Hallo Flipper, ja, wie geht es dir denn heute? Ich habe hier einen leckeren Fisch für dich, fang ihn. Den Fisch. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe Post bekommen. Ist das der Brief vom College mit dem Stipendium? Kriegst du es jetzt, Sandy? Ja, oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Mal sehen. Ich habe es geschafft. Toll, dann gratuliere ich dir aber. Und wann fängt das College an? Diesen Sommer wäre genau die richtige Zeit, damit wir zusammen fahren können. Ich setze dich in Boston ab. Bei Tante Martha? Genau, die kannst du dann gleich besuchen. Ich weiß nicht, Sandy. Ach, komm schon, Bud. Tante Martha hat sich so auf dich gefreut. Du weißt, dass es ihr viel bedeutet, uns beide zu sehen. Und was ist mit Flipper? Was ist mit ihm? Schau ihn dir doch an. Er ist schon ganz traurig. Ich kann ihn hier nicht alleine lassen. Ich glaube, ich bleibe lieber hier, bei Flipper. Die Nachbarin hat ihn in einem Pkw gefunden. Tod. Drei oder vier Schüsse im Bauch und Rücken. Tatzeit mindestens acht Stunden. Der Mann wurde ermordet und dann hierher gefahren. Der Wagen ist seit gestern Abend als gestohlen gemeldet, Chef. Wer ist der Mann? Fehlanzeige, keine Papiere. Kein Geld, überhaupt nichts. Und wie alt? Circa 45 Jahre. Ziemlich dreckig. Stinkt aus dem Maul. Tierische Alkoholpfannen. Ich wundere mich etwas. Wieso, Chef? Was hat so ein Typ in dieser vornehmen Wohngegend verloren? Erkunde dich mal bei den Nachbarn, Harry. Vielleicht haben die was gehört oder gesehen. Wird gemacht, Chef. Sieh sie mal hier, Chef. Rote Erde. Sieht aus wie vom Tennisplatz. Interessant. Captain, das müssen Sie sich unbedingt ansehen. Was ist das? Faszinierend. Chekhov, stellen Sie sofort die Position fest. Das ist unmöglich. Captain, wir erhalten Werte, mit denen wir überhaupt nichts anfangen können. Sie ergeben keinen Sinn. Es ist menschliches Leben an Bord möglich. Sauerstoff, Stickstoff. Mehr kann ich mit unserem Messsystem nicht feststellen. Captain, es bewegt sich direkt auf uns zu. Scheint so, als ob Sie uns angreifen. An alle. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Schutzschild aktivieren. Schutzschild ist aktiviert. Laser aktivieren. Zu spät, Captain. Sie haben bereits auf uns gefeuert. Sie schießen erneut auf uns. Was ist mit den Schutzschildern? Captain, ich weiß nicht, ob Sie einen dritten Angriff standhalten. Captain, Sie drehen bei. Brücke und Maschinenraum. Scotty, geben Sie mir sofort alle Schäden durch. In einem unbekannten Land Vor gar nicht allzu langer Zeit War ein Biele sehr bekannt Von der sprach alles weit und breit Willi, ich bin's, die Maya Maya Maya, wer ist das? Ich kenn keine Maya, ich bin Willi, die Ameise Flip, tu doch was Er ist verrückt Irgendetwas in seinem Kopf Ist total durcheinander geraten Wer weiß, wer weiß Vielleicht hat er irgendetwas in sein Dedecknis verloren So riecht aber prima nach Honig Immer wenn wir Ameisen was Süßes riechen Nehmen wir das mit im Bau Dann krieg ich vielleicht vom Ameisenoma seinen Orden Aber Schrecklich, schrecklich Er redet nur Unsinn Dann muss ich nicht mehr die Ameisenlarven füttern Aber Ich glaube, ich nehm dich jetzt mit Hilfe, was redest du für einen Quart? Warte, warte, ich krieg dich Halt Warte mal Also Wenn du eine Ameise bist Warum kannst du dann fliegen? Ameisen können nicht fliegen Und Quatsch, Ameisen können natürlich nicht fliegen Arck Lessi, was willst du denn? Lass mich doch noch ein bisschen ausruhen Lassi, was hast du denn? Was ist denn? Ach Lassi, auf Das ist doch nur Chris Der ist bei mir in der Schule Hallo Timmy Na, deinen Hund mag ich mir nicht so Ach Lassi ist immer nur so komisch Wenn er Fremden begegnet Aber Ihr werdet euch schon gut verstehen Komm her Ich werde es dir zeigen Okay Hey Lassi, Lassi Sitz, Sitz, Sitz Platz, Männchen Looping Und such Oh, toll Siehst du, Lassi ist ganz brav Komm, lass uns ein bisschen spazieren gehen Sag mal, wie habt ihr Lassi eigentlich gefunden? Ähm, das war so Mein Großvater hat damals Sitz 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 Hinsetzen Nach seinen Obstbäumen geguckt Und da hat er Lassi gefunden Sie lag irgendwo rum Völlig verhungert und durchnässt Dann hat er sie mit nach Hause genommen Und ich bin die ganze Nacht Bei dem Hund geblieben Und Großvater hat ihr eine Flasche Milch gegeben Und dann ist sie einfach nie mehr von uns fortgegangen, oder? Und so haben wir sie alle in unser Herz geschlossen Such Hat Lassi aber Glück gehabt, dass sie euch gefunden hat, ne? Wir aber auch, du Oh nein, Lassi Was ist mit dir? Guck, guck, guck Das Bein, das ist ganz krumm Sie ist in ein Erdloch gefallen Eufel, Eufel Komm schon, Chris Pack an Wir müssen sie nach Hause tragen Wir müssen sie nach Hause Huuui! Lade! 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 Ist das ein Wetter draußen? Adam, wo ist Pa? Er ist vorgeritten zur Nordweide. Da sind ein paar Rinde ausgebrochen. Dann lass uns schnell hinterher reiten. Ja, vielleicht braucht er unsere Hilfe. Sollten wir nicht erst mal warten, bis das Unwetter vorbei ist? Und Pa vielleicht nach Hause kommt? Und was essen? Bist du wohl für diese Arbeit zu fein? Wie deine Mutter aus dem Franzose-Viertel von New Orleans. Das muss ich mir von so einer verdammten Yankee-Parte sagen lassen! Du! Adam! Little Joe! Du hast recht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ein Paar braucht uns. Ja, Entschuldigung, Adam. Ich nehme deine Entschuldigung an, wenn du dich endlich benimmst wie ein Cartwright. Und jetzt lass uns erst mal was essen. Aufsehen!